Overlet Zorg und Sauerklehrer berichten von einem fändlichen Brückenkopf in Sektor G65. Vernichten Sie sofort, Sie dürfen in diesem Sektor keinen Fuß fassen. Der Brückenkopf verfügt eine starke Luftabwehr, wir können sie nicht aus der Luft angreifen. Dann werden wir eben einen Bodenallguss starten, wir werden unsere Kamikaze-Fahrzeuge einsetzen. Sie können eine Menge Schaden einstecken und nach einer Detonation ist die Explosionsrate riesig. Nichts kann Leben standhalten. So, wir haben noch kein Radar. Okay, die können... ... hier natürlich überall durchkommen. Konstruktion complete. Bildung. Ach, ich habe auch noch einen Gastanklaster, das wird mir gerade so auf. Bildung. Konstruktion complete. Bildung. Konstruktion complete. Konstruktion complete. Bildung. Konstruktion. Konstruktion. Konstruktion complete. Konstruktion. Konstruktion корп Games. Konstruktion complete. schon wieder strom ach so wir haben noch eingebaut sehr gut wie teuer sind die dinge 1 8 das ist unter derzeit das construction Konstruktion complete. Gebäude. Insufficienten Fonds. Assembling. Konstruktion complete. Anstrengung. Sie sind in der Ferne. Anstrengung. 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 Schwer, schnell. Anstrengung complete. Anstrengung. Ah, dann baue ich hier oben ohne Strom. Ah, dann leckt mich doch. Wieso kann ich nicht sitzen? Wir haben Kontakt! Was ist jetzt? Wir haben auch jeden Pfutzleingang hier überwachen, ey. Wahnsinn. Okay, ich brauche Strom, 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 Strom. Vielleicht mal nochmal Strom hinterher, was soll's. So, dann bauen wir wieder einen auf Verhalte. Konstruktion complete. Konstruktion complete. Wir haben jetzt drei von den Dingern. Also stocken wir mal auf 20 und dann gucken wir mal. Ja. 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 Die Türme an sich kann man ja auch nicht verbessern, ne schade. Ja. Kamikaze Truck, ready for blast. Commander? Kamikaze Truck, ready for blast. Base is under attack. Repairing. Enemy unit sighted. Allo, Hitz. Repairing. Kamikaze Truck, ready for blast. Kamikaze Truck, ready for blast. Enemy unit sighted. Base is under attack. Mensch, wieso wettet ihr den nicht? Oh, ist das ist nervig. Kamikaze Truck, ready for blast. Enemy unit sighted. Okay, wo sind wir da jetzt? Enemy unit sighted. Oh, gerade mal elf Stück, so wie es aussieht. Base is under attack. Unit under attack. Kamikaze Truck, ready for blast. Kamikaze Truck, ready for blast. Repairing. Enemy unit sighted. Kamikaze Truck, ready for blast. Base is under attack. Repairing. mich würde mal interessieren das können wir testen wenn ich die hier oben aufstelle ob die dann schon runter ballern und aber selber nichts abkriegen er hat er mich eben gesagt kann ich sehen dass wir jetzt hoffen einheiten da oben verliehen aber zum testen war zuwärts ok sie schießen die fahren hier runter das ist natürlich für ein arsch ich vermute mal auch der zum panzer wahrscheinlich nicht hier runter ballern wird rückwärts 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 silo ist zu glück kostet dicken strom konstruktion komplett aber wir sind doch fertig glaube ich ne ok rückwärts konstruktion komplett sonst ein kommt dr ich tych rufen rufen go go er auf im ja das wirklich das nicht On my way. Let's go. Enemy unit sighted. Come on. Jackal. On my way. We're on it. On my way. Right on. Go. Go. Come on. We're on it. Jackal. Ready for combat. Let's go. We're ready. Unit. Lost. Standing by. Enemy unit sighted. Ready here. Commander. Base is under attack. Unit. Lost. Commander. We're ready. Confirming target. Jackal. Ready for combat. We're on it. Enemy unit sighted. We're on it. Go. Go. Let's get to the front. Go. Go. Yes, sir. Unit. Lost. Unit. Lost. Enemy unit sighted. Go. Go. Unit under attack. Jackal. Ready for combat. Take them out. We're on it. Ah, wo ist der? I'm going to go. Oh, verdammte Scheiße. Rollin. On my way. Enemy unit sighted. Jackal. Ready for fire zone. Unit. Lost. Unit. Lost. Unit. Lost. Repairing. Okay. Jetzt hätte man wissen müssen, wo der Bauhof ist von denen. Dann wäre es eigentlich eine coole Taktik eigentlich. Enemy unit sighted. Ready for combat. Commander. Rollin. We're on it. Base is under attack. We're on it. Rollin. On my way. Let's go. Jackal. Ready for combat. Enemy unit sighted. Enemy unit sighted. Let's go. Standing by. Ready for combat. Let's go. We're on it. We're on it. Yes, sir. Go, go. Reload, reload. Enemy unit sighted. Right on. Jackal. Come on. Ready for combat. Fire. Unit under attack. Base is under attack. Let's get to the front. Pushing forward. Ach, da ist halt wer der Bauhof gewesen. Scheiße. Jackal. Let's run with combat. Fire zone confirmed. Let's go. Enemy unit sighted. Ob die zwei Basen haben? Jackal. Ready for combat. Engaging enemy. We have contact, sir. Enemy unit sighted. Jackal. Ready for combat. Die kommen immer noch mit den Inhalten an. Repairing. Let's make it quick. Jackal. Ready for combat. Stay on them. Okay. Doch keine zweite Basis. Dann geht's hier in der nächsten Session wieder weiter. Spitze bedanke mich. Bis denn hey. Bye.